Dabei geht es dann um Reflexion, um Licht als Material und Schatten und um Reflexion vom Glas, die das Glas wurft. Also im Prinzip ist diese Arbeit eine komplett analoge Arbeit, die damit beginnt, dass ich diese Gläser in Kästen inszeniere wie auf einer Bühne im Theater. Die Kästen sind von mir dann, wenn das Bild im Prinzip im Kasten ist, also in einer analogen Kamera, entwickle ich das Foto, also den Film im Labor, produziere dann den Abzug in der Dunkelkammer und nachdem das Bild dann als positiv vorhanden ist, wird es dann mit einer Art Öl-Emotion, nachdem es retuschiert wurde, eingefärbt und dann erhält man das fertige Produkt und das Bild, welches hier zu sehen ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017